Hallo alle zusammen! Nachdem ihr letzte Woche was gesehen habt, was ihr im Leben überhaupt nicht brauchen könnt, zeige ich euch jetzt was, was alle von euch auch später, nicht nur jetzt, sondern auch später wirklich immer wieder brauchen können. Nämlich wie man richtig adressiert. Also wie man Briefe so schreibt, dass die Adresszeile hinterher stimmt. Es geht jetzt nicht darum, wie ein Brief aufgebaut ist. Dazu werde ich vielleicht auch mal noch ein Video machen. Jetzt geht es wirklich nur darum, an wen ihr eigentlich schreibt bzw. was auf den Umschlag drauf muss. Ganz wichtig ist, alles was ich jetzt erkläre, ist deutscher Standard. Das heißt, es kann sein, dass es im Ausland anders ist. An gewissen Teilen werde ich da was zu sagen, da kommen dann auch extra Sachen. Aber grundsätzlich müsst ihr jetzt mal davon ausgehen, das ist aktueller Standard in Deutschland. Erstaunlicherweise gibt es übrigens hier heute nur eine einzige Folie. Los geht's! Als allererstes in der ersten Zeile steht die Art der Sendung. Ihr müsst da jetzt nicht hinschreiben, Brief. Aber wenn ihr beispielsweise ein Einschreiben habt oder ein Einschreiben Rückschein oder weißer Kuckuck, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und es ist kein ganz normaler Brief, den ihr einfach einwerft. Dann muss darüber stehen, was es denn für eine Art ist, also die Art der Sendung. Das steht deshalb in Klammer, weil es eben nicht immer vonnöten ist. Dann kommt die Anrede. Die steht übrigens auch in Klammer, weil die nicht notgedrungen sein muss. Aber seien wir mal ehrlich, wenn wir hier einen Herrn oder Frau oder Eheleute oder sonst was weglassen, dann sieht es ein bisschen doof aus. Es ist nicht falsch, wenn man es hinschreibt. Es ist aber nicht notwendig. Was man aber normalerweise nicht macht, ist hinzuschreiben Firma. Das macht man nur, wenn man nicht unterscheiden kann, ob das jetzt Firma ist oder Privatperson. Wenn zum Beispiel die Firma nach der Privatperson benannt ist, was weiß ich, Hans Meier. Und das ist eigentlich die Firma, was weiß ich, was der macht, Tischler oder so. Dann schreibt man drüber Firma, damit das nicht versehentlich an den Privathaushalt gelangt, wo es halt nicht hingehört. Die nächste Zeile ist dann der Name. Dazu zählt natürlich der Name, wie wir hier alle heißen, Vor- und Nachname. Da müssen keine zweiten und dritten Namen stehen. Es sei denn, sie sind wichtig, weil man sonst beispielsweise den Vater nicht vom Sohn unterscheiden kann. Es gibt es ja, dass man sagt, immer der Erstgeborene heißt so wie der Vater oder so. Es ist immer die andere Frage, ob man weiß, wenn man an jemanden einen Brief schickt, dass man da den zweiten Namen hinschreiben soll. Wenn man es weiß und es ist wichtig, dann muss man es hinschreiben, aber normalerweise ist es nicht notwendig, dass man da noch irgendwie den zweiten Namen dazu schreibt. Wenn man eine Firma hat, dann steht in der Zeile eben die Firma. Und ich war hier total kreativ und habe mir einen Mustermann genommen. Dann kommt eventuell ein Zusatz, wie beispielsweise, wenn das jetzt in der Firma ist, zu Händen, bla bla bla. Das habe ich jetzt hier mal weggelassen, denn als nächstes kommt Straße und Hausnummer. Dazu muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Die Straße steht zuerst, dann kommt die Hausnummer. Hier ist es jetzt so, in Frankreich ist es zum Beispiel andersrum. Da kommt zuerst die Hausnummer und dann die Straße. Da müsst ihr euch natürlich nach der Adresse richten, so wie ihr sie habt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann einfach mal googeln. Da gibt es ganz, ganz viele Hinweise. Da kommt der Zusatz. Was ich euch übrigens vergessen habe, beim Namen zu sagen, ist, dass das kleingeschrieben wird. Also der erste Buchstabe natürlich groß. Wenn das jetzt irgendeine Firma ist, die man groß schreibt, schreibt man das auch groß. Aber entgegen dem, was viele glauben, man muss den Nachnamen nicht groß schreiben. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, auch in Frankreich so, dass man den Nachnamen groß schreibt, aber den Vornamen nicht. Wie gesagt, das ist Ausland. Im Inland, hier in Deutschland, macht man das nicht. Also zurück zum Zusatz. Das kann alles Mögliche sein. Wenn man zum Beispiel in einer Hochhaussiedlung wohnt, wo jede Wohnung eine Nummer hat, würde man in dieser Zeile, um es den Postboten einfacher zu machen, die Wohnung hinschreiben. Wenn man das nicht weiß, lässt man es natürlich weg. Meistens kennen sich die Postboten da aus. An so einen Zusatz könnte aber auch sein, wenn jetzt der Herr Mustermann beispielsweise bei der Familie Schmidt wohnt, dass man dann hinschreibt C-O. Das C und das O schreibt man ja klein. Irgendwer Müller. Damit, wenn jetzt, muss man einfach mal davon ausgehen, der wohnt jetzt vielleicht zwei Monate da, dann weiß das ja niemand, weil der nicht am Klingelschild steht und auch nicht am Briefkastenschild oder sonst wo. Der Brief würde also wieder zurückkommen. Das kann man ja vermeiden, wenn man es weiß natürlich, indem man das einfach da hinschreibt. Dann geht es weiter mit der Postleitzahl und dem Ort. Da gibt es, glaube ich, auch nichts Schwieriges. Da kommt eben vorne die Postleitzahl hin, die in der Regel fünfstellig ist und hinten der Ort. Und dann, falls das jetzt ins Ausland geht, kommt noch das Land dazu. Und hier ist ganz wichtig, dass ihr das Land möglichst in einer Sprache schreibt, die man versteht. Das heißt, in der Regel ist das Englisch. Wie gesagt, wenn wir das im Inland verschicken, macht das nichts. Ihr müsst euch mal vorstellen, das Ganze geht jetzt ins Ausland. Zum Beispiel nach Papua-Neuguinea. Und wir schreiben jetzt Deutschland. Dann weiß vermutlich dort niemand, der kein Deutsch kann, dass man auf Deutsch Deutschland sagt. Denn der internationale Name ist ja Germany. Alternativ statt Englisch würde Französisch auch noch gehen. Man bevorzugt aber Englisch. Wenn ihr könnt, könnt ihr es auch in der Schreibweise schreiben, wie es die Einheimischen dort sagen. Aber da müsst ihr wieder aufpassen. Der Brief, der geht ja in Deutschland in den Briefkasten und irgendwo wird der sortiert. Und wenn die dort dann die Schreibweise nicht kennen, dann landet das auch eher weniger schnell dort, wo es hin soll. Also Alternative bzw. das, was man eigentlich tun sollte, ist halt eben Englisch. Und dann ist auch ganz wichtig, das wird nicht irgendwie unterstrichen oder so. Das schreibt man gut leserlich, was übrigens für die ganze Adresse gilt, in Großbuchstaben. Wenn ihr etwas von Deutschland in die Schweiz schickt, dann müsst ihr da natürlich nicht Switzerland drauf schreiben. Die Deutschen wissen, dass die Schweiz die Schweiz ist und die Schweizer wissen auch, dass die Schweiz Schweiz heißt. Das ist also nicht das Problem. Aber wenn es halt eben ein anderssprachiges Land ist, dann müsst ihr das auf Englisch dazu schreiben. Jetzt die große Frage, wo genau kommt das denn eigentlich hin auf dem Umschlag? Also, mal ganz grundsätzlich für jeden Umschlag, den ihr mit der Deutschen Post verschickt, gilt, dass oben rechts die Briefmarke hinkommt. Wenn ihr da jetzt ein anderes Versandunternehmen habt, kann das unter Umständen anders geregelt sein. Ich kann nicht auf alle Versandunternehmen eingehen. Ich weiß auch nicht alle. Da müsst ihr halt einfach bei dem entsprechenden Unternehmen nachfragen. Aber ich gehe mal schwer von aus, dass die meisten von euch ihre Briefe mit der Deutschen Post verschicken. Dann ist es so, wenn ihr jetzt einen Umschlag habt mit einem Fenster, dann ist ja die Adresse eigentlich schon hinter dem Fenster. Das ist in aller Regel so, dass die Adresse dann links steht. Witzigerweise schreibt man aber, wenn man die Adresse von Hand draufschreibt, sie rechts hin. Das ist nicht falsch. Das ist so ein bisschen eine Gewohnheit. Wichtig ist, dass sie gut leserlich da draufsteht. Wenn ihr das in irgendeiner komischen altdeutschen Schreibschrift da drauf schreibt, dann wird das keiner lesen können. Und er wollte ja den Postboten hoffentlich auch nicht ärgern. Deshalb macht man das nicht. Also Druckbuchstaben leserlich. Und dann möglichst ein bisschen größer als der Absender, den ihr niemals auf einem Brief vergessen dürft. Das passiert ganz oft. Der Absender, wenn er den genauso groß schreibt und am besten noch links oder rechts neben die eigentliche Adresse, dann weiß keiner so genau, wo das hin soll. Denn der Postbot weiß ja nicht, wer diesen Brief in den Briefkasten geschmissen hat. Denn das wird ja alles zusammen in großen Säcken in irgendeine Postfiliale abgegeben und dort wird sortiert. Und da weiß ja niemand, von wo der Brief kommt. Deshalb ganz wichtig, den Absender schreibt man eigentlich, wenn er nicht sowieso schon auf dem Briefkopf draufsteht, also im Fenster, links oben, vorne auf dem Briefkasten, nicht auf die Rückseite. Das ist veraltet. Ist auch nicht falsch, aber das sollte man nicht machen. Der Absender ist deshalb so wichtig, weil wenn diese Sendung jetzt nicht zugestellt werden kann, weil beispielsweise in dem Moment, in dem ihr den Brief abschickt, euer Empfänger gerade am Umziehen ist und am Briefkasten schon kein Schild mehr ist, vielleicht auch niemand weiß, wo er hinzieht oder weiß der Kuckuck oder dass die Briefmarke abfällt, dass der Brief bei der Post verloren geht und, und, und. Ihr kriegt den wieder zurück. Wenn jetzt da kein Absender drauf ist, dann könnt ihr euch dreimal denken, was passiert. Dann kann der Brief natürlich nicht einfach im Müll landen, nein, da muss man reingucken. Und je nachdem, was ihr da reinmacht, ist das jetzt vielleicht nicht so nett. Könnt davon ausgehen, also mal so grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die Postboten und wer da noch alles arbeitet, dann nicht den ganzen Brief lesen werden, sondern einfach nur gucken, ob sie irgendeinen Anhaltspunkt finden, wer das geschrieben hat. Wenn nicht, dann habt ihr richtig Pech, dann ist der Brief einfach weg, weil das kann man halt nicht zurückverfolgen. Das war mal die erste Lektion zum Thema richtig adressieren. Ist eigentlich ziemlich einfach, man muss es nur wissen. Und eine wichtige Sache fährt mir gerade ein, habe ich vergessen. Zwischen der Straße bzw. dem Zusatz und der Postleitzahl und dem Ort kommt kein Leerzeichen. Das ist absolut uralt. Das machen ganz viele und das ist einfach nicht mehr richtig. Da werdet ihr nicht verprügelt, der Brief kommt ja trotzdem an, aber es sieht einfach schrecklich aus. Und viele machen das nur rein, weil ihnen die Adresse zu kurz erscheint. Und das liegt meistens daran, dass sie sonst irgendwas vergessen haben. Wenn euch die Adresse kurz vorkommt, dann fehlt wahrscheinlich das Frau oder Herrn, was übrigens auch nicht Herr heißt, sondern Herrne mit einem N hinten dran. Also bitte, bitte macht da kein Leerzeichen rein. Und kommt auch nicht auf die Idee, den Postleitzahl wegzulassen. Das ist bei Orten wie beispielsweise Hausen, von denen es in Deutschland ja mehrere gibt, ein bisschen doof. Und was auch super gerne passiert, wenn man die Hausnummer nicht weiß, dass man sie da nicht googelt, sondern sie einfach weglässt, sagt der Postbote wird schon wissen. Der weiß es eben auch nicht immer. Also komplette Adressen verschicken. So, jetzt sage ich aber Tschüss, freue mich auf nächste Woche und bis dann. Tschüss.